Hey und herzlich willkommen. Ich habe ein paar Fakten über Käthe Kollwitz für euch. Das war eine deutsche Künstlerin, die für ihre Grafiken und Zeichnungen und Skulpturen bekannt ist. Sie ist außerdem bekannt für ihr sozialkritisches Werk, die das Leiden der arbeitenden Klassen und den Schmerz des Krieges darstellte. Sie thematisiert die Auswirkungen von Krieg, Armut und Ungerechtigkeit auf die Gesellschaft. Ihr Stil ist geprägt durch einen kräftigen Strich und eine starke Ausdruckskraft. Sie nutzte vor allen Dingen Schwarz-Weiß-Kontraste und Schattierungen, um dramatische Effekte zu erzielen. Erst in ihren späteren Werken experimentierte sie mit Farben. Sie gilt bis heute als einer der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts.